hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video ich präsentiere euch heute die sechser kanonenschläge von lidl also von veco kubische kanonenschläge aktuelle charge 2017 da werden wir heute mal alle verballern und die mal testen ob die sich noch lohnen und ich würde sagen viel spaß bei dem video und haut rein so jetzt machen wir die aktuelle charge 2017 lidl kubische kanonenschläge im sechser pack wir machen vier stück davon und gucken mal ob man sich das zeug kaufen kann oder nicht wir dürfen gespannt sein wir gehen wieder nach vorne kubis immer auf dem boden liegen jungs sicher ist sicher die zünden gerne mal durch und dann würde ich sagen let's go ja geht besser würde ich sagen der zweite der war ganz ordentlich sind auch nicht mehr so groß finde ich irgendwie naja der dritte das war ein verpuffer leider leider ein verpuffer dann machen wir den letzten den vierten und der war wieder recht ordentlich aber ich muss sagen die kubischen kanonenschläge von aldi haben mir ein bisschen besser gefallen aber die kann man auch kaufen also für zwei euro eigentlich ein gutes produkt danke fürs zusehen